Mein ganzes Leben dreht sich darum. Ich gebe 100% Tag für Tag. Kontaktsport ist ein vielseitiger Sport, ein Ganzkörpersport, wo man auch mal Raum hat, um sein Ventil zu öffnen, auch mal den Stress im Alltag loszuwerden. Das gibt mir halt mein Selbstwertgefühl und auch das Selbstvertrauen. Das macht mich glücklich. Ich bin der Mohamed Abdallah, bin 22 Jahre alt und mache Kickboxen. 2008 habe ich mit dem Kickboxen angefangen. Ich war anfangs nur zum Gewicht verlieren, weil ich in der Jugend ein paar Kilo zu viel hatte. Und da ich mit Fußball nichts anfangen konnte und auch fürs Fitnessstudio noch zu jung war, mit 14, habe ich dann zufälligerweise das Kickboxen für mich gefunden. Ich stehe früh morgens um 7 Uhr auf, Frühstück in der Kleinigkeit. Um 8 Uhr geht das Training dann los, meistens bis um 11 Uhr. Dann nach Hause, abends geht es dann wieder um 5 Uhr los und das sechs Tage die Woche sozusagen. Das Training ist sehr vielseitig. Wir haben halt einerseits das klassische Boxtraining, das Kickbox-Training. Dazu kommt noch Kraftausdauertraining, die Sparringseinheiten, die wir haben und Crossfit-Einheiten. Also das sind immer feste Pläne, die die Trainer sich machen und die wir dann auch durchziehen. Egal, wie man sich fühlt oder sonst was. Also das wird durchgezogen. Ich bin einfach umgezogen für den Sport nach Amsterdam. Um mich weiter zu entwickeln, um mich weiter zu verbessern. Ja, Amsterdam jetzt an sich. Mir gefällt sie, mir sagt sie zu. Einige mögen sie, einige nicht. Ich mag die Stadt. Aber von der Stadt sehe ich jetzt nicht viel, weil ich halt tagtäglich im Gym morgens und abends bin. Fürs Mike's Gym, das war schon immer mein Traum, dort unter der Hand von Mike zu trainieren. Ich wollte schon immer, ich wollte immer schon da mit dem weltbesten, im weltbesten Gym für mich persönlich jetzt trainieren. Ich finde es wichtig in dem Sport, wenn man wirklich tagtäglich wie zum Beruf geht, morgens und abends, dass man sich da auf jeden Fall immer wieder pusht und die Disziplin und das Ziel vor Augen nicht verliert. Und ja, da habe ich schon einige große Vorbilder. Ich habe insgesamt 14 Kämpfe. Davon zwölf gewonnen. Habe vier Titel davon heimgefahren. Das war 2015 die Deutsche Meisterschaft, dann 2016 Interkontinentale Meisterschaft, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Und ja, bin mal gespannt wohin der Weg führt. Ich sehe mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall an der Weltspitze. Ich werde dafür alles geben, werde alles da reinstecken und dann werden wir sehen, wo ich damit hinkomme. Er wird, ja. Er hat ein großes Herz, nicht nur für die Leute, sondern auch für die Räume in der Räume. Wenn man ihn mit guten Pünken schlägt, dann sieht man, dass sein Feuer ist und er wieder zurückkommt. Das ist sehr gut in einer Räume. Aber auch in der langen Räume, wenn er eine Verkauf hat, dann sieht man, dass er in der Räume zurückkommt. Er ist in der Räume, um seine Verkauf zu arbeiten, um besser zu werden. Also, diese Dinge werden ihm eine gute Räume. Er ist in der Räume, um seine Verkauf zu arbeiten. Ich möchte insbesondere meiner Familie danken, die immer an mich geglaubt hat, mich immer unterstützt hat. Natürlich auch jeden Einzelnen, der mir den Erfolg gönnt. Natürlich bedanke ich mich bei meinen Sponsoren, die mir das ermöglichen, auch meinen Traum zu leben, da es durch den Sport nicht möglich ist, für mich noch zusätzlich zu arbeiten. Und da greifen mir meine Sponsoren unter die Arme. Das ist einmal Novi Bauträger GmbH aus Rehmagen, die Hakando, M&M Haustechnik aus Sinzig und Café Friuli Rehmagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020